Am 12.11.2009 begann im Haus des Levers am Alexanderplatz das Anhörungsverfahren für den Bau der Stadtautobahn A100, 16. Bauabschnitt, vom Autobahndreieck 0 Köln bis zur Anschlussstelle am Treddorpark. Im Anhörungsverfahren können die Einwander bzw. Einwanderinnen ihre Anliegen noch einmal mit den zuständigen Behörden diskutieren. Zur Erinnerung, im April 2009 wurden die Planungsunterlagen für den Ausbau der Stadtautobahn A100 in den Rathäusern Neukölln und Treptow öffentlich ausgelegt. Die daraufhin erfolgten über 2.500 Einwendungen wurden bzw. werden nun im Haus des Levers erörtert. Auf der aus diesem Grund durchgeführten Kundgebung vor dem Anhörungsort sprachen unter anderem Vertreter bzw. Vertreterinnen der Bürgerinitiative Stadträgen-Süd sowie Vertreter bzw. Vertreterinnen der Partei Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Ebenso sprach ein Vertreter der SPD Friedrichshain-Kreuzberg. Es kam ein Bewohner der Beermannstraße zu Wort, dessen Wohnhaus für den Autobahnbau abgerissen werden soll. Rechtsanwalt Kartensommer ermunterte noch einmal die Betroffenen, sich an dem Verfahren zu beteiligen und sich von den Behörden nicht einschüchtern zu lassen. Wir hören jetzt einmal in zwei Redausschnitte der Bürgerinitiative Stadträgen-Südwein. In der Häuserzeile aus den 20er, 30er Jahren an der Grenzallee genießen die Anwohner eine feinstaubige Aussicht auf die Trasse. Die Türen sind vernagelt, die Höfe vermüllt. Soll es so den Bewohnern an der Aronstraße, der Kieferlstraße und den der verbleibenden Häuser an der Wermannstraße ergehen? Darüber hinaus wurde die soziale Abwertung mehrere Kieze betreffen, insbesondere den Norden Neuköllns, Altrevdo, Plänterwald und den Rudolf-Kiez in Friedrichshain. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung sieht für die 17,5 Hektar grüne Kleingarten-Idylle durch den Ausbau eine Umwandlung in einen grauen, urbanen Stadtraum vor. Überwiegend geprägt von einer sechsspurigen Autobahn in Troglage. Das heißt mehrere Meter tief in den Boden eingelassen, jedoch ungedeckelt. Der knapp 400 Meter lange Tunnel zu Beginn, der dort sogar achtspurigen Trasse, bietet keinen Schutz für die dortige Kolonie Sommerfreude. Alle Kolonien bilden gemeinsam mit dem Treptower Park eine kostbare Kaltluft- und Frischluftschneise. Hunderte Bäume müssten der Trasse weichen, davon mehrere der hundertjährigen Platan an der Straße am Treptower Park. Berlin hat seit 2001 jährlich 3000 Bäume verloren. Für Pflanzung und Pflege gibt es keine Mittel. Die rund 440 Millionen für 3,2 Kilometer sollten sinnvoller eingesetzt werden. Wir können keinen einzigen Baum mehr opfern. Daher bitte ich Sie, nicht einigeln, sondern Ihre individuellen Einwendungen in der Erörterung vortragen. Diese Autobahnverlängerung ist nicht mehr zeitgemäß und auch keine Antwort auf die Probleme, die wir heute mit und durch den Straßenverkehr haben. Die Verlängerung der A100 bis zum Treptower Park ist ein Planungsrelikt der autogerechten Stadt aus den 50er und 60er Jahren oder davor. Sie ist kein Lösungsansatz für die Herausforderungen im Gesundheitsressorten oder Klimaschutz. Geldverschwendung zerstört Stadtstrukturen, reißt hunderte Menschen aus ihrem sozialen Umfeld, zerstört Natur und natürlich erzeugt mehr Lärm und Abgase. Ein einziges Ergebnis dieser Betonschneise ist mehr Platz für den Autoverkehr und letztendlich damit auch mehr Autoverkehr. Die Ziele, die propagiert werden für diese Verlängerung der A100, werden nicht und können auch gar nicht durch diese Autobahnen erfüllt werden. Wir fordern die Einstellung des Planfeststellungsverfahrens, da der Rote Senat trotz politischer Mehrheiten sowohl im Abgeordnetenhaus als auch selbst in der Koalition das Verfahren nicht einstellen will, müssen wir heute im beginnenden Erörterungsverfahren die Anhörungsbehörde davon überzeugen, dass dieses Verfahren eingestellt wird. Mindestens aber, dass die Planung grundlegend überarbeitet werden, um die tatsächlichen Auswirkungen dieser Planung erkennen zu können. Wir werden die ausgelegten Unterlagen, höfliche Sache, die unvollständig, fehlerhaft und eine mangelnde Eignung aufweisen, kritisch hinterfragen. Also es liegt ein großes Stück Arbeit vor uns in den neuen Tagen, aber ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden. Wir werden die A100 stoppen. Ja, hier wurde noch einmal symbolisch gezeigt, dass die Gelder für den Ausbau der Stadtautobahn 100 zum Fenster rausgeworfen werden. A100 stopp! A100 stopp! Hopp! A100 stopp! A100 stopp!